Zink auf allen Ebenen. Die Vogt und Schweizer GmbH & Co. KG ist Marktführer auf dem deutschen Markt für Stückverzinkungen. Das Familienunternehmen wurde vor 130 Jahren gegründet. Von 26 Standorten aus beliefert das Unternehmen die Gewerke mit jährlich 350.000 Tonnen verzinktem Stahl. Die Dachmarke Zink als Corporate Identity gibt dem Unternehmen einen Wiedererkennungswert und spiegelt sich in bisher 53 Produkten, Prozessen und Dienstleistungen wider. Sieben Verfahren sind mit Patent angemeldet. Acht weitere befinden sich in der Registrierungsphase. Eine große Errungenschaft ist das Produkt Mikrozink, mit dem bei einer Verzinkung von Oberflächen 80% weniger Rohstoff benötigt wird. Er vorzuheben sind die Zink-Manufaktur zur Digitalisierung von Kundenfunktionen oder die hochwertige Just-in-Time- und Just-in-Sequence-Logistik. Die 1157 Mitarbeiter arbeiten nach flexiblen Zeitmodellen. Vogt & Schweizer bildet 75% der Kräfte in der Branche aus und entwickelte die Kampagne Mach Dein Zink in Kooperation mit der IHK und verschiedenen Ministerien. Die Dachmarke Zink in Kooperation mit der IHK-Logistik.